Das, was unserer Beziehung zu Gott Kraft gibt, ist ein Mahl. Die Eucharistie, die Gemeinschaft um den Altar. Aber fragen wir uns doch mal, was die Beziehung eines Paares stärkt. Ich hätte hier ein perfektes Rezept, das die Liebe zueinander ganz bestimmt festigt, wie auch die gemeinsame Liebe zu Gott, hier bei Glauben für Genießer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017